One Taste war ein schnell wachsendes Start-up im Bereich Gesundheit, Wellness und Sexualität. Gegründet wurde es von Nicole Dedone. Nachdem ich mich viel mit Nicole beschäftigt hatte, denke ich, sie beherrscht ihr Handwerk. Sie scheint zu wissen, was die Menschen wollen. Die Leute wollten eine Frau an der Spitze eines Unternehmens wie diesem sehen. Es wurde von Frauen geführt. Ich denke, das ist wichtig, wenn man bedenkt, worum es bei One Taste geht. Ich bin ein bisschen mehr auf die Kirche.